Mein Tipp für das Weihnachtsessen wäre, ich höre ganz besonders ein zartes Rindsfilet aus der Ospelmetzge. Da kann man verschiedene Sachen draus machen. Zarte, viele Steak, einen Tischgrill, ein Schinoise, viele Wellington. Also ich glaube, da findet man sicher etwas dabei. Ich kann euch eigentlich nur einen guten Wünscher. Also meine besondere Empfehlung für Weihnachten wäre ein fein Steinbuttfilet oder ein Seezungenfilet, vielleicht auch eine Safransoße. Natürlich habe ich auch noch eine große Auswahl an allen möglichen Fischsorten. Was natürlich zwei Nächte nicht empfehlt, der Fischkaviar oder einen feinen Räucherlachs, Fischsalö. Da habe ich alles Mögliche auch noch im Angebot. Mein Tipp, ein waschere, ein langere, ganz feiner Käse, ein Cheddar aus Großbritannien oder eine Päbberknolle aus der Schweiz. Das gehört einfach zu einem feinen Weihnachtsessen dazu. Ein besonderer Tipp noch für die Weihnachten, unsere hausgemachte Kaninchen und geflügelte Rennen. Und natürlich aus der Ospelmetzge ein saftiger Rollschinken mit einem Honig-Sänftill-Kruste. Wir wünschen allen einen schönen Weihnachten.